Ich werde mit dieser Aufnahme meine letzten Worte filmen. Der Fluch wurde durch mich ausgelöst und ich habe die Kontrolle verloren. Ich werde sterben. Ein Zombiefilm? Eine Plansequenz, 30 Minuten ohne Schnitte vom Anfang bis zum Schluss. Völlig bescheuert, super! Was geh ich drauf rein, die Beine! Sind Sie einverstanden? Also, alles klar! Auf geht's! Hals und Beinbruch! Danke für's! Action! Warte! Warte! Ich scheiße mir in die Hose, wenn ihr weiter tritt! Ja, aber... Es gibt kein Arbeitsmaul! Das Spiel ist einfach scheiße! Steht das im Drehbuch? Nein, sie improvisieren. Hm. Los! 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 Da, Eirich, du bist dran! Mann, ist das schlecht! Ja, ja. Au! Die Kamera läuft auf jeden Fall weiter! Ja! Wie ist das jetzt? Nein, ich weiß nicht. Warum hast du ihn geköpft? Er sollte dich doch beißen! Du verstehst überhaupt nichts! Du dämliche Kuh! Wisst ihr, wo wir gerade sind? Weil ich bin ein bisschen lost. Vers Berontest! Von! Ja! Ja, so viel Test! Da, Bruno Leibant und nicht! Wir laufen über keine Angst. Vielen Dank.